hätte man das auch ohne kampf machen können ja wenn du sie ein nein ich meine der konstitutions wurf ist dafür gedacht ich glaube also irgendwas hätten wir noch mal anders hatten machen aber konstitutionswurf hat ja relativ hoch gehabt deswegen ist es wahrscheinlich schwierig zu bekommen also der typ muss auf jeden fall sterben der darf nicht weg in unserem durchgang hat er die nämlich mitgenommen unser durchgang war verpackt wir hatten was ganz anderes kloppen das problem ist nur es kann ich mich ja ich meine anzeige ist verpackt ja dran sein persönlich jetzt wird problematisch wenn einer heilig zum hart bitte auf sie heilig zu machen ohne scheiß ja mach was sagst du es allein kann nichts machen ist nämlich das problem warum ich guck mal krieg zwei auf einmal wenn ich das mache pass mal auf dass du niemand anders angreifst ne das spricht nur die gegner hä davon werden nur gegner erwischt doch so angezeigt du mein lieber bist diesmal nicht mach ihn zuerst platte so nix ich mach das 50 prozent des unserer bugs sind schon mal weg sie hat heilig zu perfekt wer war das? Juno? du? ich hab ja ja ne ich soll was soll ok aber das passt was neiiiin neiiiin wir müssen uns beeilen ne der rest kann eigentlich runter schickst den rest runter ich glaube wir kommen nicht klar mit den anderen ich muss aber außen rum rennen musst du nicht du kannst doch hier dings machen wie heißt es will kann ich teleportieren ich als katze auch nicht viele gegner gibt es nicht auf nur zwei ja das ist ja machbar ja das ist ja machbar fertilizer wenn ihr äh bei mir irgendwo ein knuspern hört weil ich esse schnecke sagt mir bitte bescheid ja ja na klar das ist so laut wird wohl ich höre den nur schmacken alles um sie zu schützen alter ich nur selber geheilt moment kann sie laufen ohne dass die anderen sie ach so warte man nicht uh nice ok jetzt hab ich die schnauze vorher wo kommt der feuer bei den go was ist die alte arme der geht nicht hier ab weg mit dir ich schnauze vorher das war's mit dem halben schrecken ich werde mich so hinstellen dass karlach mich schmeißen kann ich komme nicht durch die tür ist versperrt ich kann teleportieren oder so hüpfen nope schade und auch irgendwie hüpfen können hier oh doch mal wenn keine heim sachen gemacht ich habe mich so darf jeder nichts gemacht komisch mal sie war noch nicht dran mal sie war noch nicht dran weil teleportieren kann aber wir haben ja guten teleport das heißt es muss nur einer teleportieren nicht im kampf nicht im kampf ja das schon wieso sind da zwei gegner ich dachte wir haben noch einen hä was der zweite das ist ein 3 oh jeder zwei zwei oder nein okay wie hast du das gemacht bist du hast du bist du auf ihn gesprungen oder ich bin auf ihn gesprungen oder war das nicht ungefähr mit einfach mit springen einfach mit springen bin ich einfach zu ihm gesprungen bei mir stehen immer ein x dann ist dein weg wahrscheinlich unterbrochen oder so oder ich bin zu leicht na egal du musst ja nicht hier runter springen damit liege ich ähm versuch auf den tisch zu springen oder so hm wie sie sich ready gemacht hat für den angst weiß ich ne ich mach hier ja für mich schaut das nicht aus wie eine katte das hat für mich eher wie eine ratte aus das ist ein panter du bist eine ratte schaut aus guck doch mal an wie der ausschaut ey wo es will egal wo der ist macht den zug weiter da kann eh nix ich glaube war weißt du welcher begleiter eigentlich nun hier haben sollte er mit dem hamster er würde so zugepassen warum kann ich denn jetzt gar nichts mehr hallo will ach so war ich nicht durch die tür komme ich glaube du kannst wegen der spinne nicht durch ne das ist noch was anderes das ist noch mal auf den tisch zu springen da geht es oder auf den essen die feuer geht auch ich wusste gar nicht dass es geht ich auch nicht die heilige flamme die wird die wohl drauf haben und sie halt okay nicht schlecht die klerikerin ist es doch das hat er sich versteckt okay jetzt war der schüler nicht der fast gewesen die überhaupt was ich nicht mal laufen das war die bild des lausen okay ich könnte historien und nicht teleportieren ich habe keinen zauberplatz ich höre irgendwelche hin ich kann nichts machen wo ist denn der letzte gegner dahinten hinter der säule ist ja oh yeah ist gut jetzt machen wir das einen wütenden wurf dass er dann im sehen warum warum den parasiten will holt euch den hol ich mir was sind die leute das war Schauen wir uns. Isabel, bist du okay? Ich bin gut. Markus hat mit uns mit uns gelootet. Und das war kein falsches Attack. Du warst der Ziel, Isabel. Sie wissen, wie wichtig du bist. Aber sie wissen nicht über dich. Kederick wird wieder streichen. Wir brauchen dich, um zu streichen. Desküpfle die Grundsatz seiner Unabhängigkeit. Erster zu machen, damit wir ihn schlafen können. Gute Glück. Wir sind mehr Gefahr als ich. Wenn mir irgendetwas passiert, jeder in diesem Inn ist tot. Wie das. Warum einen Mann wie ihn, was er macht? Macht, schweb, Ich weiß nicht, wie er mich verletzt hat. Ich verstehe, warum er mich verletzt hat. Kein mir den Kursen, jeder in diesem Inn, jeder auf ihn zu töten, ist auch tot. Und warum er mich verletzt hat? Ich weiß nicht. Und ich will nicht herausfinden. Jetzt haben wir dich. Ich hoffe, ich werde nicht. Gut. Weil dein Arbeit hier nur beginnt. Kein Merz. Denn die Katze hat nichts an dir. Ende das. Der Todes. Der Todes. Was hat er gehabt? Ein Ringen. Ein Dankenschinderparasit und ein Knüppel. Der ist vielleicht was für dich. Oh, nee. Ich habe den blühenen Stamm, den beide. Und einen Klappen-Panzer. Hat einen guten Ring. Wer war sogar für Astorien, wenn ich ehrlich bin? Ich schicke mal. Und sichbarkeit. Zusammen ist die ganzen Larven. Ich habe großes Vor. Ach, du willst volle Kanne machen, oder was? Vielleicht. Also ich würde auf jeden Fall in dem Gang, also dem der Dings nichts machen. Nien. Nien? Nien. 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 Nien! Nien. Nien. Jaa. Äh. Später wenn du Instrumente spielst, kannst du dann die Kriegstrommel und die Handstrommel dann ausprobieren? We need a more! Also jetzt nicht, also später. ich kann die kriegsträume nicht benutzen das ist nur ein gewöhnlicher gegenstand kein so spielen kann aber die bauke ich kann nicht benutzen wir kommen dann später machen das haben wir vor danke dass du dass wir das ball geschafft haben also okay wir sind auch mit genug leuten gewesen was bei uns passiert ist wer hat nicht wirklich eine wahl wer hat nicht wirklich eine wahl bei unseren einfach alle tote nach und wir haben das ist massaker gesehen instant gestorben war verpackt also alles mitgespielt getötet und den blitz wie bei uns dann einfach alle tour werden die sequenz plötzlich hatten wir eine ganz andere sequenz und alle wurden abgestattet einer nachdem alle waren tot dann durften wir alle gegner und aus irgendeinem ich bin doch alle gegner halt auch da ich bin schlecht wie ich hier noch am suchen bin wieso bist du stock ich wurde eingefärscht von meinen ganzen piechern und das war ja jetzt ein paar richtig gehen lassen ich bin ich bin unten da wurde ich stimme ein kong war mit dem spiegeln ist mir ich muss man gut an der michel nücken drache müssen milch trinken gut für den knochen baum ich habe große knochen ich muss noch ganz ganz groß werden und fliegel bekommen ja also bitte also ich will dir da jetzt kein strich durch die rechnung machen aber ich glaube das wird nichts nein lassen lassen du wirst ein ganz großer drachen und damit du fliegen können was mit isabelle noch mal geredet wo wir den kampf hatten ja die studie wenn das bei uns kurze rast machen oder wir machen langer ich soll findet dass sie alle bücher immer zu mir schickt nicht toll du bist halt nicht gut am bluten ich glaube nicht das ist sie noch ich glaube nicht die 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 ist derzeit im Hintergrund dieses Looten, ich habe über dieses Loot gefeilscht. Ich habe eine Lyra, Kala hat eine Laute, aber die kann nicht spielen. Welches Lied braucht ihr? Es ist egal, Hauptsache erstmal irgendwas. Miley, beweg dich nicht! Miley, hör doch mal auf! Ich finde es so lustig, dass es immer unterbrochen wird, nur weil sie sich bewegt. Das ist immer so ein Partycrusher, weißt du? Wieso? Sollte irgendwas klappen? Er singt irgendwas, aber er singt nicht die Macht. Schlacht von 1 vielleicht? Warte mal. Du müsst mit dem Mauszeuger über ihn gehen, dann siehst du doch was. Nein, du nicht! Okay. Äh, Miley, dein Astorion ist alleine, ne? Möchte ich nochmal gesagt haben. Oh! Was ist jetzt, jetzt was? Ne. Meli, da kann ich nicht. Vielleicht muss ich mit ihm reden, als Will. Pff, ich probiere es. Ich probiere mal. Hey, stopp. Oh. Wow. Wow. Oh. 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 Wieso, er kann eine Meile in den Brief geben oder so? Wieso, er kann das auch selber machen? Alles gut. Ihr könnt auch mal wieder abspeichern. Ja, das geht nicht. Man kann ja eben auch nichts machen. Was steht denn in dem Brief? Ich weiß gerade nicht mehr, ob das der Brief ist, weil das ist kein Großherzog Eltham. Doch, Beauftragter, art cooler Rangflamme. Ja, da steht sein Auftrag drin, was er gemacht hatte. Das sollte im Gasthaus hier untergebracht werden und Nachforschung im Zollhaus auf Korruption machen. Mhm. Dann müssen wir ins Zollhaus, oder was? Ja. Ja. Also dann, jetzt komm. Ich hab hier genug gelootet. Die ist alles weg. Passt. Da ist noch eine Tasse. Oder gar nicht, okay. Gut! Wir machen schnell! Ja, ich bin doch fast hier. in der frau das macht sich gut in meiner sammlung du hast eine wahrnehmung irgendwas ist in seiner tasche da stand gerade gesagt er ist irgendwas in seiner hosen ja aber wie komme ich da ran Ja, dann müssen wir wohl ins Zon-Haus da gucken. Was hat die mir gegeben? Ich frage mich, wie lange wir Zeit haben, die eine da rauszukriegen, ne, by the way. Wen raus? Moll? Irgendwann mal. Gintada. Ja, eigentlich, glaube ich. Ach so. Das ist so gut, das Haus der Heilung, denke ich, ah, das Haus der Heilung ist. Ja gut, ähm, wollt ihr eine Long-Rest oder eine Short-Rest machen? Perfekt. Wir laufen hinterher, Meili. Ja, wollt ihr eine Long-Rest oder eine Short-Rest machen? Long-Rest, damit ich wieder Katze singen kann. Okay. Ich hab noch kein einziges Mal geschafft, die Katze zu sein. und was zu klatschen. So wie mit dem Büffel. Ja. Tonic, du bist an Schatten jetzt vorbei gerannt. Ich bin hier, wenn ihr Chaka Chaka wollt. Ja. Und da ist ja nix. Chaka Chaka, ich wollte nur kommen. Ach so. Ach so. Ach so. Ich mach grad die Trommel, ne? Ja super. Passt mir gleich an, dann, ne? Ja. Ja, deutlich besser als die Flöte. Ich hab keine Flöte. Ich hab keine Flöte. Ich hab keine Flöte. Ich hab keine Flöte. Ich hab die Flöte immer gespielt. Bist du doof? Hä? Du hast doch vorhin mal die Flöte gespielt. Nein. Ne, Geiger war das. Ja. Das ist super. Und da gibt es noch Alkohol. Oh, schluck, 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 oh, jemand hat eine, mhm, Senpai. Das ist nicht Senpai. Ja. Was kommen die denn jetzt her? Hä, wieso kommen die jetzt her? Ich weiß es nicht. Hä, hast du die nicht bezahlt gehabt? Achso, wir haben die nie gerufen gehabt. Doch, wir haben die gerufen. Doch, haben wir. Wir haben die gerufen. In dem Goblin Dicksbums. Aber ich hab dem doch gesagt, dass sie Fleisch bekommen, oder nicht? Irgendwie schon, ja. Das ist XP, das freiwillig zu uns gekommen ist. Nein, oh mein Gott, vielleicht brauchen wir die ja noch. Wir haben nicht mal 2500, ich hab nicht mal 2500 zum Todesstoß jetzt. Was? Was für Todesstoß? Was? 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 Wo sind wir? Wo bin ich? Ich bin unsichtbar. Was? Was? Alles ist verrückt. Hallo? Carla, willst du mit mir reden kurz? No, no. Huch. Äh, warum stehen die? Äh, was? Ich bin unsichtbar! Oh no! Was ist das? Weiß! Was? Was?